Merhaba, ich bin Melanie Früttiger und arbeite bei Quoni Reise zu Bern am Bärenplatz. Ich arbeite nicht nur gerne in der Reisebranche, ich bin selber auch gerne unterwegs. Und auch dazu tue ich euch am liebsten das Video. Wie ihr anhand der Bilder seht, bin ich offen für jede Destination, jede Klimazonen, jede Kultur und jeglichste Aktivitäten. Darum finde ich, wäre ich ein passender Typ für die Reise nach Abu Dhabi, weil ich nicht nur meinen Spass habe, sondern eher mit mir. Herzlich willkommen beim Frühstücksfernsehen von Quoni Reise. Heute aus Gast Melanie Früttiger. Grüße Quoni. Grüße. Ich habe ein paar Fragen. Was habt ihr für Erfahrungen in der Reisebranche? Also ich selber arbeite schon zwei Jahre hier bei Quoni und ich bin jetzt in der Lacken aufgewachsen, weil es natürlich sehr mit dem Tourismus verbunden ist. Das heisst, ich bin also zu klein auf dabei. Sehr schön. Dann habt ihr in diesem Fall schon viele schöne Sachen erlebt. Ja, auf jeden Fall. Super. Und was geht ihr in der Reisebranche in den nächsten fünf Jahren? Ich denke, dadurch, dass die Leute wenig Zeit haben, aber trotzdem noch Reisen und Beratung brauchen, wird es so wie mobile Reisenberater geben, die die Leute entweder in den Cafés oder sogar daheim antreffen. Und auch, dass wir mehr im Zusammenhang mit Social Media arbeiten werden. Super. Danke vielmals für dieses Interview. Für uns gibt es jetzt noch etwas Werbung und dann geht es weiter. Bis in Abu Dhabi. Mal's Salam.